So, warte mal, dann muss ich jetzt hier unten, glaube ich, erstmal in die Mod-Ansicht. Genau, ich lerne ja dazu. So, und die Entbannungsanträge... Wo waren die jetzt wieder? Ah, hier! Jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was wir so haben. Und hier sind unsere wunderbaren Entbannungsanträge. So, das Ding ist, ich habe jetzt... Dann schieben wir hier den Chat auch noch rein, ne? Ach du Scheiße, Countdoku, sechs Timeouts, eine Sperre. Baumkuchen sind besser, können wir das Fußballspiel D vs. Su gucken? Türkei meine ich, Türkei meine ich, können wir das Fußballspiel gucken, können wir es nun gucken, das Fußballspiel gucken, können wir es jetzt endlich gucken? Oder, ich glaube, er wollte, ich glaube, er wollte Fußball gucken. Dann wurde er getimeoutet für, weil man 1800 Sekunden sind, eine halbe Stunde. Halbe Stunde ist in der Back. Geschichtsarbeiten, weil du mich hasst, gehe ich jetzt, okay? Aber er ist nicht gegangen, er hat 1 plus 1 gleich 2 und dann nochmal 1 plus 1 gleich 2 geschrieben. Dann, zwei Minuten später ist er immer noch da, hol dir keinen Fertig-PC, die sind viel zu teuer und können sozusagen nichts. Und dann hat er nochmal 1 plus 1 gleich 2 gespammt. Und dann hat Azt ihm nochmal einen Timeout gegeben und dann hat Vieh gesagt, den bannen wir. Also, ich sage mir, er hat nur unangenehm gespammt. Ich sehe das jetzt nicht als Grund, den für immer aus dem Chat zu nehmen. An dem Tag war er sehr, sehr nervig, das sehe ich ein. Aber ich glaube, dem kann man noch mal eine Chance geben. Sorry, dass ich gespammt habe, ich werde nicht mehr spammen. An der Rechtschreibung, aber ist okay, ist okay. Beim nächsten Spam deinerseits wird der Bun für immer sein. Smiley. Machen wir weiter. So, was schreibt Jibril Ente? Döner hat gesperrt. Okay, ich bin gespannt. Was hat ein Döner hier gemacht? Kannst du, spielst du gerne Schach? Was ist Backgammon? Ich glaube, er meinte Backgammon, oder? Was ist dieses Blackgammon? Spielst du Backgammon? Nein, ich spiele Blackgammon. Yo, Hübi, wie lange macht man mit YouTube-Videos Geld? Machen die nach zwei Jahren immer noch Einkommen, wenn sie Views und Likes kriegen? Okay, passende Frage. Dann hat er sie aber leider nochmal geschrieben. Mann, immer wenn du was sagst, was ich hören will, kommt Werbung. Das ist ein bisschen intens. Warum Timeout? Nochmal gespammt, okay. Dann kam er nach dem 10 Minuten Timeout wieder zurück. Ich könnte bei dem mega gut ein Game wie 60 Seconds vorstellen. Eine Minute später nochmal. Eine Minute später nochmal. Wieder getimeoutet. Und dann kam er capslockend wieder rein nach seinem Timeout. Ich bin wieder da. Und dann hat Döner gesagt, jetzt reicht's. Okay, was schreibt er? Die drei Timeouts kann ich verstehen. Ich werde auch nicht mehr ohne Grund spammen. Aber bitte überlegt ihr nochmal, ob der Band gut begründet ist. Ich wollte lediglich... Oha! Oha! Er fängt so richtig stabil an. So, hey, ich verstehe das. Ich sehe das ein. Es war mein Fehler. Und dann aber so... Also überleg dir nochmal, ob du wirklich sinnvoll entschieden hast. Ich wollte doch nur, dass du dir das Game anguckst. So richtig so von oben herab. Also überleg dir nochmal, ob du da wirklich einen guten Job gemacht hast. Meiner Meinung nach... Meiner Meinung nach hast du da eigentlich einen ziemlich beschissenen Job gemacht. Ich, als Gibril-Ente, bewerte das. Also ich mag sowas eigentlich nicht. Aber er hat hier mit korrekter Rechtschreibung geschrieben und so weiter. Geschrieben kommt es immer noch ein bisschen asozialer rüber, als wenn man es ausspricht. Pass auf. Wir heben die Sperre auf. Du bist wieder back im Chat. Aber ich werde wegen dir niemals 60 Seconds anfassen. So. Hü Katzen-Fan. Eine Sperre, neun Timeouts. Das sind einfach Leute, die wahrscheinlich Chatregeln nicht kennen, ne? Warum antwortet Hübi eigentlich nicht auf meine Nachrichten? Oh nein, das ist so einer. Das ist so einer. Es waren Minimum 50 Nachrichten. Wieso antwortet er dir jemandem, der einmal in den Chat schreibt, aber während ich über 50 Nachrichten schreibe, antwortet... Oh Bruder, oh. 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 Oh, diese Chat damit. Warum antwortet ihr mir nicht? Genau deswegen. In dem Moment, wo du fragst, warum antwortest du mir nicht, werde ich nie wieder antworten. Ah, Digga. Hi Hübi. Okay, aber er ist wieder back im Business. Das ist an einem anderen Tag jetzt. Wenn jeder im Chat F schreibt, dann gebe ich 250 Euro. Und dann hat Lukium ihn getimeoutet und Fee hat gesagt, weg mit dir. Also Fee schwingt hier ab und zu ziemlich brutal den Bannhammer. Mit Fee ist nichts zu spaßen. Es war eine Wahrheit- oder Pflicht-Challenge. Ich schwöre, dass ich nicht mehr sowas mache. Bro, never. Never ever hat er mit irgendjemandem Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und weil er Pflicht bekommen hat, musste er Spam. Nein. Nein. Glaube ich dir nicht. Hm. Wir lassen ihn noch offen. Wir lassen ihn noch offen, würde ich sagen. Und bei den nächsten Entbannungsanträgen sagen wir dann, okay, der war jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang weg. Da kann man ihn wieder zurückholen. So. Okay, was haben wir jetzt hier? Fischlord. Also er wurde das erste Mal, also er spammt halt einfach ehrenlos Emotes. Okay. Dafür hat er einen Timeout kassiert von Asta. Deine Modus sind gemein. Die timeouten mich die ganze Zeit, obwohl ich nur eins oder zwei schreibe. Digga. Digga. Seine letzten 300 Nachrichten beinhalten weder eins noch zwei. Ich schreibe nur eins oder zwei. Das ist scheiße. Dann schreiben die noch, dass ich spamme. Mach ich aber nicht. Und in dieser Nachricht spammt er. Ich hab auch einen Weihnachtspulli. Hübi magst du es? Ich geh mir die Toilette. Boah, Bruder. Krieg mal Kopfschmerzen. Bin schon zwei Tage gesperrt. Bitte entsperr mich. Oh mein Gott, ey. Nee, Digga. Nee, nee. Sorry. Sorry. Sorry, Meister. Das war zu viel Spam. Komm gerne mit einem neuen Account. Und benimm dich dann aber, damit meine Mods denken, du wärst ein stabiler Zuschauer und kein spammender klein Timmy. So, wenn Leute wieder zurück wie ein Frisbee kommen, sich dann aber benehmen, hat ja niemand ein Problem damit. Glaub mal, Arthur Schick, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatte ich nicht gestern einen im Chat, der ganz, ganz ähnlich hieß? Nee, stopp. Der war, glaube ich, bei Alina mal im Stream. Der Name kommt mir voll bekannt vor. Was habt ihr nachts gemacht? Was habt ihr nachts gemacht? Was habe ich getan, dass ich getimotet wurde? Okay. Spam und dann Caps Lock. So, was jetzt hier unten passiert? Puh, ich seh's schon. Hier. 22.03 Uhr. Bist du verheiratet? 22.05 Uhr. Bist du verheiratet? Ich glaub, der hat bei Alina auch gefragt, ob sie einen Freund hat. Das war, glaube ich, sogar heute Morgen bei Alina im Stream. Da war ich nämlich drin und hab meine Modarbeit gemacht. XD. XD. Finde ich absolut nicht witzig. Aber jetzt real ist er verheiratet. Hübi, du bist nur... Ich weiß es nicht so viel, was das für Fragen sind. Ich lass ihn mal offen. Ich bin noch nicht bereit, ihn für immer zu yeeten, aber ich bin noch nicht bereit, ihn wieder zu entbannen. 7 OLP. Oh, Bruder. Also, er ist sehr aktiv bei Fortnite am Start. So, hier wird's dann. Gold Mario, der Flexer. Und dann hat er einfach dreimal Shimtex ist der Shim... Oh, aber der hat 27 Timeouts. Uuh. Alter, 27 ist ne Anzeige, Mann. Boah. Ich mein, sein Bann ist quasi der 28. Timeout. Also, nee, sorry. Sorry. Ich lehne ab. Du hattest 27 Timeouts. Wenn man nach 27 mal Spammen sich immer noch nicht benehmen kann, tut es mir leid. ID Megameter. Hallo, ich bin das erste Mal dabei. Hä? Er schreibt einfach, ich bin das erste Mal dabei. Als Chatteilnehmer mit 13 Timeouts. Warum ist Vic nicht dabei? Wird das ein YouTube-Video? Bruder, er stellt diese ganzen Fragen, die du alle nicht haben willst, ne? Okay, aber warum wurde er jetzt gebannt? Ah, Mod-Kommentar. Ist seit August dabei und scheint nach 13 Timeouts nichts zu lernen. Liebe Bots, ich weiß, dass ich spamme, aber ich bin noch neu auf Twitch. Das ist maximal mein 10. Stream. Ich lerne noch. Bitte gib mir noch eine Chance. Komm, wir geben ihm noch eine. Eine Chance bekommst du noch. Am besten einfach lurken. Dann kann man nicht aus Versehen spammen. Lenny Lambert. Fünf Timeouts? Okay, das geht noch. Kann passieren. Kannst du Lennart grüßen? Hab einfach sinnlos Timeout gekriegt. Mods mies ehrenlos. Leck Eier. Junge, er wollte einfach nur, dass ich Lennart grüße und Eier lecke. Oh, Bro. Aber er hat tut mir leid geschrieben. Ich entbanne dich nochmal, aber bitte sprich nie wieder von Lennart und lass mich Eier lecken, wenn ich es will. Oh, Bruder. Was geht denn hier ab? 10 Timeouts. Ja, Spammer einfach, ne? Spammer? Und schreibt ihm die Entbannungsanfrage Hallo? Hallo? Ja, einfach ein Spammer. Nee, Digga. Sorry. Sorry. Ist es nicht. Okay, Nico. Ein Timeout? Direkt eine Sperre. Okay. Oh. Ja, ihr ... Ihr seid so behindert. Was ist da denn passiert? Digga, die Shoptoons haben Depressionen. Meinst du beglücken mit Schlonginator? Was ist ein Schlonginator? Harry oder Dobby? Ich gehe jetzt schlafen bei ... Er wollte schlafen gehen. Er hätte einfach ins Bett gehen sollen. Wenn er ins Bett gegangen wäre, wäre alles gut gewesen. Schwierig mit den Samen? Ja, ihr ... Ihr seid so behindert. Bitte entbannt mich. Erstens, weil ich abonniert habe. Zweitens, das war eine Challenge. Drittens, bin ich ab jetzt immer nett. Okay, ich entbanne dich, aber nur, wenn du ab jetzt wirklich immer nett bist. Sobald du in den Stream kommst, begrüßt du mich und meine Mods. Okay, UI Darkwar. Vier Timeouts? Okay, kann passieren. Ach, Bruder. Kekwe, 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 Kekwe. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich nicht mehr spammen werde. Okay, das hat er süß geschrieben. Ich nehme dein hohes und heiliges Versprechen an. Enttäusche mich nicht. Okay, 22 Timeouts, Digga. Edseo, moin, ich habe dir ein Video zu eurem Podcastgespräch mit dem Loch durch die Erde auf Instagram geschickt. Wann hat der das geschrieben? Ist da ein Datum? Also, warum denn Edseo? Am 11. Januar war doch Zeo nicht bei mir im Stream, oder doch? Nee, hä? Hä? Warum hat der mir Edseo geschrieben? Hast du schon mitbekommen, dass Ariana Grande einen neuen Disney-Film mitspielt? Hast du schon mitbekommen, dass Ariana Grande einen neuen Disney-Film mitspielt? Habt ihr ein Video zu eurem Podcastgespräch geschickt? Habt ihr ein Video zu eurem Podcastgespräch? Die Nachricht hat er jetzt viermal geschrieben? Bro, sorry, war dumm. Ich unterlasse jetzt Spam. Sorry, Satch. Der hat das tausendmal in beide eure Streams geschrieben. Dann lassen wir ihn erstmal noch. Ich will ihn nicht für immer yeeten. Wir lassen ihn noch auf der Auswechselbank, okay? Kein Timeout direkt gesperrt? Hübi, du bist scheiße. Du hast Super Mario Galaxy 2 nicht abgeschlossen. Ich geb dir 20 Subs, wenn du es abschließt. Hallo, Hübi ist scheiße heil. Ach, Bruder, nee, Digga. Nee. Yo, what the fuck? Ein Bot hat meinen Account übernommen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin treuer Hübi-Watcher seit 2013. Ich bin einfach auf YouTube seit 15. Und ich liebe seine LPs. Bitte entbannt mich. Aber wenn nicht, ist das okay. Freunde, ein Bot hat einfach Hitler-Witze geschrieben. Und er schaut mich seit 2013. Nee, Digga. Ich mache YouTube seit 2015. Bruder. Leon. Hübi, bitte diesen Account permanent bannen. Nochmal sorry fürs Timeout umgehen. Ah, Leon. Der Süße. Aber ich heb die Sperre auf. Nein, ich heb die Sperre nicht auf. Er sagt, ich soll. Dann machen wir es auch. So. Das war es doch schon. Schade. Können wir mal ein paar mehr Assis in den Chat bekommen, bitte? Ich finde das immer sehr unterhaltsam.